Wandernd die Welt entdecken, das ist Arno oder bist du der Unruhegeist, wenn du dich hier als Wanderer bezeichnest? Arno, wie sieht es aus? Wandernd die Welt entdecken ist richtig, aber ich bin ein Unruhegeist. Also ich kann beides bejahen. Also dich hält keiner, dich kann keiner festhalten, du ziehst weiter. Ja. Immer so gewesen? Immer so gewesen. Also ich, manchmal, vielleicht muss man da irgendwann drauf aufpassen oder ich, ich gucke mir die Welt an immer noch wie so ein kleiner Junge. Bin ganz gespannt, was passiert und was ich entdecken kann und ich muss weiter. Also man kann mich nicht halten. Ich bin froh, dass ich enge und tolle Partner an meiner Seite habe. Bin da auch schon oftmals auf die Nase gefallen, Freunde zu haben, die das wirklich zu verstehen ist, die das wirklich verstehen ist manchmal nicht so leicht, auch dieses Leben mitzutragen, was man dazu führt. Aber es ist so, ich muss gehen, das verlangt auch der Weg der Musik von mir, sonst bleibe ich halt einfach in meinem Häuschen stecken und kann meine Musik auch nicht. Und das verlangt auch dein Naturell? Ja. Ich finde das spannend, ich muss raus. Also ich war noch nie so ein Mensch, das ging schon sehr früh los bei mir. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Häuslebauer, Zaun drumrum, ist nicht meins gewesen. Ich bin eher so, ich gucke mir das gerne an. Ich finde das immer spannend, wenn ich durch die Gegend fahre und immer wieder dort die Häuslebauer in ihrem Leben so sehe und überall die Ähnlichkeiten finde. Und ich mag gerne die Rolle, dass ich jemand bin, der diesen Menschen, die zu Recht ihr gutes Leben dort führen, gerne auch so ein bisschen die Tür aufmachen kann. Also du besuchst alle und bringst deine Botschaft dorthin in die einzelnen Häuser, die von Häuslebauern gebaut worden sind. Genau, so in dem Sinne kann man das sehen. Und diese Rolle mag ich sehr gerne und die habe ich auch bewusst so gewählt. Gehörst du irgendwohin? Ja, gehöre ich. Das zeigt auch schon den Wanderer in mir. Ich gehöre an meiner Küste, aber auch nach Berlin. Und beides pur wäre zu doll und zu viel. Also ich muss immer diesen Wechsel haben. Ich brauche auf alle Fälle den Trouble von Berlin, das Schnelllebige, das Tempo. Das Urbane. Das Urbane. Aber um das bewältigen zu können und auch nachhaltig in mir behalten zu können, muss ich immer wieder ganz frei sein und zurück ans Meer, mich an den Strand setzen und dort meine Ruhe finden. Der Eremit. Da darf dich auch keiner stören. Richtig. Genau. Da sitze ich an meinem Flügel zu Hause oder mit meiner Gitarre am Strand und möchte auch in Ruhe gelassen werden. Und der Strand ist an der Ostsee, wie du eingangs schon gesagt hast. Richtig. Genau. Und die ist auch ganz besonders. Es ist halt ein Meer fast ohne Ebbe und Flut. Es gibt sie zwar, aber man sieht sie nicht. Und sie ist schön salzig. Sie ist herb. Sie sprüht ihr Gischt ins Gesicht. Ich mag die Ostsee im November und im Winter lieber als im Sommer. Und das bringt mir Kraft. Das bringt mir Freude. Ich mag nicht. Ich gerne Sommer, Mittelmeer und 30 Grad. Mag ich schon, aber kalte Ostsee ist mir lieber. Wenn du so unterwegs bist und halt von Ort zu Ort ziehst und gerne die verschiedenen Orte hast, wo der Wechsel stattfindet, hast du denn manchmal das Gefühl, dass dir vielleicht dann doch etwas fehlt, was so die Häuslebauer dann haben, wie du sie eben bezeichnet hast? Ja. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich sie gerne besuche. Es ist mir oft schon aufgefallen, dass ich manchmal mir gerne Geborgenheit leihe von Freunden, von Häuslebauern, bei denen ich zu Besuch sein darf und mich dort sehr, sehr wohl fühle. Denn ich merke schon, man hat nie alles Gute beisammen. Das ist halt einfach so. Und ich habe mich nun für diesen Weg entschieden und der hat auch die Konsequenz, dass ich eben so eine feststehende Geborgenheit kaum habe. Natürlich bin ich in einer Partnerschaft und habe jemanden an meiner Seite. Das gibt mir Ruhe und Kraft. Aber diese typische häusliche Geborgenheit, die habe ich aufgegeben. Und das merke ich manchmal, wenn ich Häuslebauer besuche, wenn wir in dem Bild bleiben wollen. Wie viel Geborgenheit bieten dir denn deine Lieder? Die größte. Die größte. Denn das ist das, woran ich mich flüchten kann. Und ja, wo sich auch, das ist irgendwie der Verbindungspunkt, bleiben wir nochmal bei dem Bild, zwischen den Häuslebauern und mir. Das ist so unser Verknüpfungspunkt. Und ich schreibe meine Musik dorthin und die Häuslebauer greifen es auf. Und ich weiß, ich kann etwas geben, sie können etwas nehmen. Und mein größtes Gut ist, wenn ich durch meine Lieder etwas zurückgeben kann, vielleicht von der Geborgenheit, die ich mir auf der anderen Seite leihe. Sehr philosophisch jetzt, aber so kann man es beschreiben. Und deshalb finde ich auch einen ganz großen Halt in diesen Liedern, denn ohne diese Lieder, ohne meine Musik würde ich diesen Weg ja gar nicht gehen. Ich gehe ja nicht los, um der große Musiker zu werden. Und dazu brauche ich halt Lieder. Das ist ja genau andersrum. Die Lieder sind da. Und die lassen mich treiben. Die lassen mich gehen. Und jetzt verteilst du T-Shirts. Was dürfen wir erwarten? T-Shirt habe ich gewählt, weil ich gesagt habe, ich bin auch der Poprocker und mache halt nicht nur die nachdenklichen, sachlichen Lieder, sondern T-Shirt soll bewusst einfach nur Spaß machen. T-Shirt ist so ein kleiner Kneipensong, auch vielleicht aus dem Club in Berlin und hat einfach nur zur Bedeutung, ich glaube, ich habe mich da gerade in jemanden verliebt. Und das muss ich jetzt allen mitteilen. Und das wünsche ich meinen Hörern damit. Und vor allem viel Spaß. Arno heißt unser Gast im Wochenendstreffer auf BRF 2. Das ist ja ein richtiger Feten-Song. Arno. Ja, da geht die Post ab, so klingt das. Also wenn du eben gesagt hast, das ist ein Kneipen-Hit, also da sehe ich dann viele schon Polonaise-mäßig dann durch die Gegend hüpfen, tanzen, schaukeln. Das passiert auch. Das ist total spannend, jedes Mal, wenn wir den Song live bringen. Also ich spiele ja mal auf größerer Bühne mit meiner großen Band. Wir sind ja sechs Mann insgesamt auf der Bühne. Oder eben auch in kleinen Clubs in Berlin mit einem Freund zusammen oder mit einem Begleiter aus meiner Band. Egal wo und in welcher Form wir diesen Song spielen, da geht die Post ab und dann wird gerockt und gesungen. Und jetzt haben wir drei Refrains in Folge gehört, die immer schneller werden. Das können wir live, kann das ausufern. Das schaffen wir dann mit dem Publikum zusammen auch schon mal auf achtmal oder so. Wann hat die Musik angefangen, sich bei dir Raum zu schaffen, wo es ernster wurde, wo du gesagt hast, ich muss mich dem Ding widmen. Das kommt aus mir heraus? Ja, da gab es eigentlich zwei Stufen. Also erstmal, dass ich diese Erkenntnis hatte, okay, ich schreibe Lieder so und das sind anscheinend auch Lieder, mit denen man was anfangen kann. Das war so in der frühen Teenie-Zeit, also kurz nachdem ich angefangen habe, die Instrumente zu lernen und ich habe als Kind schon immer wieder vor mich her gesungen. Aber das ist eigentlich sowas übernatürliches auch wieder nicht. Das macht ja eigentlich auch jeder und kann aus meiner Sicht auch jeder. Es wurde halt dann nur der Wunsch deutlicher, dass ich das ausbauen will in der Teenie-Zeit, in der ich dann angefangen habe, die ersten Bands zu gründen. Dann habe ich über Jahre gearbeitet neben der Musik und wie gesagt, eingangs habe ich es beschrieben, habe dann immer wieder in Clubs in Berlin gespielt und dann kam irgendwann der Punkt, als ich sagte, du bist jetzt Mitte, Ende 20, jetzt stell dich der Sache. Du willst das mal richtig versuchen und du willst letztendlich auch nicht, wenn du nachher am Sterbewett liegst, dich ärgern, dass du das nicht gemacht hast und probiere das jetzt mal. Dann habe ich tatsächlich ganz risikobereit, ruhelos wie ich bin, meinen großen Job aufgegeben, ohne irgendeine Sicherheit. Das ist sehr spannend, das ist heute noch sehr spannend, aber ich habe mich dem gewidmet und glücklicherweise sitze ich jetzt hier. Dein Job ist ein Job gewesen, da zuckt der ein oder andere zusammen und sagt, das traue ich mir nicht zu, du hast es dir zugetraut, du bist unterwegs gewesen, als was? Als Sozialarbeiter. Also ich habe klassisch staatlich anerkannte Erzieher gelernt, auch bei mir im Norden, war aber gleich klar, dass ich nach Berlin wollte, auf die Straße. Ich wollte mit drogenkonsumierenden Jugendlichen, wie es offiziell heißt, arbeiten. Auf Deutsch gesagt, wollte ich in die dreckigen Szenen rein und das erleben, warum und weshalb Jugendliche, unter 18-Jährige auf der Straße landen, warum sie Heroin nehmen, warum sie Drogen nehmen. Das wollte ich erfahren, das wollte ich wissen und ich wollte gucken, ob ich was tun kann und helfen kann. Und diese Erfahrung habe ich gesammelt. Hast du was tun können? Ja, als allererstes in meinem eigenen Kopf ein Verständnis entwickeln, dass jeder Minderjährige, der auf der Straße freiwillig lebt, das niemals tut, weil er ein dummer Jugendlicher ist, der die Welt erfahren will, sondern weil sie einfach alle ein so schlimmes Elternhaus haben, dass sie in einer wichtigen Zeit freiwillig die elterliche Geborgenheit aufgeben müssen. Sie fliehen regelrecht. Und das war eine sehr ernsthafte, eine sehr hautnahe Erfahrung. Und ich habe vor allem dann tun können, zu begreifen, ich kann sie nicht retten, aber ich kann sie ein Stück weit mit begleiten. Ich kann ihr Vertrauen gewinnen und wenn ich es schaffe, dass die Jugendlichen, es gibt in dieser Arbeit immer Termine, die man macht, um sich dann zu treffen und wenn ein Jugendlicher so viel Vertrauen plötzlich zu dir aufbaut, dass er die Termine einhält und man es schafft, dass man sich einmal in der Woche, zweimal in der Woche sieht und vielleicht darüber sprechen kann, wie es wäre mit einer Therapie oder weiter perspektivisch mal gucken kann, ob es mit einer Schule weitergeht. Dann ist schon ein Stück gewonnen. Dann ist das meiste gewonnen. Also du unterhältst dich auf der Straße mit Jugendlichen, die ganz klar sagen, mich kriegst du hier nicht raus. Für mich ist es schon viel, wenn ich allein durch das Gespräch mit dir mal wieder Kontakt zu einer anderen Welt haben kann. Ich benutze gar nicht mehr normal und einfach mal rauskomme aus diesem Sumpf und ansonsten sage ich dir, ich bin so abhängig und so drin hier in dieser Zwangsgemeinschaft, dass ich hier auch gar nicht mehr rauskomme. Wenn man den Beruf ausübt, steht man dann unter Strom? Also ich will sagen, war das stressreich? Ja, das war sehr stressreich. Das war so stressreich. Ich habe ja immer in dem Glauben gelebt, ich kann Musik und Arbeit vereinbaren. Und das war eigentlich meine größte Ausrichtung zum Beruf mal hin, denn das war eine intensive Zeit, in der ich meine Musik habe fast gar nicht machen können. Das war so intensiv, da war ich zu 100 oder 150 Prozent involviert. Und ja, ich muss auch sagen, dass ich letztendlich viel auch deshalb nachher wieder schnell sein lassen habe, weil ganz klar meine Musik da ist und ich die auch machen möchte. Und ich gemerkt habe, ich gebe jetzt den Jugendlichen ganz viel, aber ich muss auch aufpassen, dass ich mich nicht komplett dafür aufgebe. Aber du bist da zu 100 Prozent drin und anders kann man das auch nicht machen. Aber es gilt auch so eine Regel auf der Straße oder in dem Bereich der Sozialarbeit auf der Straße, dass man sagt, mach es nicht länger als ein bis zwei oder fünf Jahre, weil du dich selber auch dann total aufbrauchst und du dann irgendwann auch nichts mehr siehst. Du wirst total gefangen von dieser Welt. Wie lange warst du unterwegs? Anderthalb Jahre war ich dort, genau. Zurück zu dir und zu deiner Musik. Was ist seit gestern los? Seit gestern ist die Geschichte, bin ja auch schon durch mehrere Beziehungen gewandert, habe vorhin davon gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man das Musikerleben lebt, einen Partner an der Seite zu haben, der das mitträgt zu 100 Prozent. Und dafür muss man aber nicht nur Musiker sein. Das ist ja in den meisten Beziehungen leider so, dass es oftmals Erlebnisse gibt, die die alte, bestehende, selbstverständliche Beziehung aufbrechen und dann gibt es eine neue Bekanntschaft und die zeigt einem, irgendwas ist bei dir kaputt und du verliebst dich vielleicht gerade neu und lässt ein Stück alte Vergangenheit hinter dir. Und seit gestern ist die Begegnung mit einem neuen Menschen, in der man zu Hause im heimischen Bett feststellt, und seit gestern vermisse ich dich, dich du neue Personen dort. Das Leben spiegelt sich in den Liedern.